Hallo und herzlich willkommen zu den Top 3 News der KI NEXT. Heute mit dem Thema Sensorik und Messsensoren. Mit dabei ein extrem kleiner digitaler Drucksensor, ein schnell zu montierendes Längenmesssystem und neue Abstandssensoren in Minibauform. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen auf geringe Design- und Herstellungskosten achten. Honeywell hat hier für einen extrem kleinen, signalverstärkten Drucksensor entwickelt. Der Amplified Basic Pressure, kurz ABP, ist nur 8x7 mm groß und spart damit Platz, Design und Herstellungskosten. Der Sensor kann in Flüssigmedien eingesetzt werden. Er hat einen Schlafmodus und verschiedene Optionen zur Temperaturausgabe. Der kleinste Sensor seiner Klasse besitzt eine hohe Gesamtgenauigkeit und deckt einen Druckbereich von 6 Kilopascal bis 1 Megapascal ab. Für eine reibungslose Produktion müssen Positionen und Geschwindigkeiten von Kartonagen und Co. richtig erfasst werden. Das neue Messsystem von Wachendorf hilft bei der exappten Abstandsmessung. Es hat eine Auflösung von einem bis zu 0,08 mm pro Impuls und ist schnell zu montieren. Dank der neuen Zentraljustierung sind 36 Ausrichtungspositionen möglich. Das Gesamtsystem basiert auf einem Federarm mit zentraler Feder und kann beim Einbau in die Maschinen oder bei der Inbetriebnahme schnell montiert werden. Und um auch optisch auf Abstand zu bleiben, werden Messgeräte zur Messung von Längen, Winkeln oder Drehzahlen von Abstandssensoren unterstützt. Die beiden neuen Abstandssensoren von SICO messen Abstände rein optisch. Hier kommt das optische Triangulationsverfahren zum Einsatz. Es werden Abstände bis zu 200 mm gemessen. Auf Basis eines zeilenförmigen Detektors messen die optischen Sensoren die Abstände direkt zum Objekt. Über Tastendruck kann der Messbereich der Mini-Sensoren je nach Anwendung flexibel eingestellt werden. So, das war's aus der Welt der Sensorik und Messtechnik. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen liken, sharen, posten und den Kanal abonnieren.